Sein ganzes Leben hängt an dieser Werkstatt. Was machen wir denn jetzt? Wir waren das Classics. Heute wird Geschichte geschrieben. Es ist Zeit für ein ehrliches Bett. Ich glaube, dass noch Luft nach oben geht. Autos bedeuten Freiheit. Und ich liebe Freiheit. Rennfahren ist wie Radfahren, das verlernt man nicht. Ich habe Radfahren verlernt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017